herzlich willkommen zurück zu ergänzt es doch willkommen zurück willkommen zurück weiter geht es hier auf unserer schönen kleinen insel der wird nur der wird dann habe ich das genau baumaterialien handelspakete hans die werden auch fertig gemacht aber auch noch leder und kleidung leder und kleidung müssen wir noch herstellen die nehmen wir doch nehmen wir die kohle zum verbrennen rebellischer geist die leute fühlen sich seltsam rebellisch für jeden zweiten ungeduldspunkt erhältst du plus 1 auf die allgemeine entschlossenheit überfleißige holzarbeiter einige holzarbeiter können einfach nicht auf und so ab ja nehmen wir das nehmen wir das das klingt gut das klingt gut du hast keinen habe ich da oben noch was für den auch nicht du hast du bist da am sammeln ich hätte genug freie arbeiter na guck mal hier da sind die drinnen lass mich gucken lass uns überlegen lass uns gucken wein keller kochhaus kochhaus habe ich nicht mehr ich habe auch nichts was jetzt irgendwie das leder herstellen könnte oder die kleidung tischler badehaus kräuter garten oder küfferei badehaus bretter einfaches werkzeug es ist wenn ich das badehaus ein ort an dem die dort bewohner ihre bedürfnisse erfüllen können sauberkeit passiv effekte gute regelmäßige bäder gute gesundheit nehmen wir das badehaus schön kann ich stehen aber irgendwo aus doch da sieht er gut aus wir stellen den dahin da sieht er gut aus da gehört da rein da gehört da rein du bist kräutersammler ne so dann packen wir dich da rein leder in der range in der range wird das gebaut in der range wird das gebaut ich glaub's ja nicht in der range ich hab keine range ich hab doch keine range wo soll ich denn die range herkriegen aber ein händler ist da ein händler ist da sehr schön und nichts kann er mir geben große fläschchen bringt mir ja nichts bringt mir ja nichts bringt mir ja gar nichts gar nichts du ziehst um du gehst da hoch dann kannst du nämlich da aufmachen machst du da auf du bist da am sammeln du bist da dann könntest du da noch ne damit das mal weg geht hatte ich noch freie arbeiter ja ich könnte noch einen holzfäller bauen ich könnte noch einen holzfäller bauen ich könnte noch einen holzfäller bauen mal gucken was jetzt gar so schön es noch geht so die da rein steinmetz dich pack ich da oben hin dann sehe ich dich du hast auch nichts mehr zu tun erntelager du bist sammler ne du bist hier dran und gehst dann darüber genau es sei denn habe ich hier irgendwo einen bieber der nichts zu tun hat pack man nämlich da den bieber rein so den bieber butzemann den kleinen bieber butzemann dann haben wir den nämlich auch schon du bist da noch hatte ich von denen nicht zwei hier von den sammeln lagern hatte ich da nicht zwei von weiß ich jetzt nicht ne also das ist jetzt irgendwie ein bisschen komisch hier ich meine ich hätte davon noch einen gehabt sammler steinmetz hat kein vorkommen du ne ja dann kann ich euch auch raus nehmen erstmal was habe ich denn hier kohle ziegel dörrfleisch kann ich auch nichts mehr machen aber dafür brauche ich einen kräutergarten ne kräuter gesammelt stelle dann bauen wir die hier rein dann wechseln wir nämlich da immer die person zwischen alles andere macht ja sowieso keinen sinn 1 2 3 packt man den da rein so schöne kleine felder da geht nicht wegen dem baum so tischler leder arbeiter der tischler fehlt mir ne sägewerk der fehlt mir erntelager hat auch nichts zu tun holzfäller holzfäller da ist das wenn du hier fertig ich könnte ich doch eigentlich direkt da hoch ziehen so gehst du da hin so dann gehst du da hin du bist da am sammeln sehr schön ich ziehe mal mit da rüber da kann ich nichts machen ne baummaterialien kiste ja wo habe ich die denn wo habe ich die denn gute gesundheit sehr schön gute gesundheit ist wichtig ist wichtig ach an dem außenposten hier da 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 guck mal da baumaterialien kiste kann man die mal hochdrücken da dann habe ich die nämlich dann auch fertig da ist aufgemacht worden oh was haben wir denn hier schönes harmonie geist altar weinkeller eine kiste habe ich nicht das habe ich nicht harmonie geist altar ein altar in der wildnis in dem stein ist eine in den stein ist eine uralte inschrift gemeißelt entzündet ein feuer am altar um den segen der harmonie geist zu empfangen ein lichtungsereignis die harmonie wurde fünf die harmonie wurde gestört minus fünf auf alle allgemeine entschlossenheiten minus ein ungeduldspunkt aktive empf empfing empfindlichkeit alle arten werden weniger robust entschlossenheit sinkt um 500 prozent schneller ja da warte ich aber noch ne die kurze rohe nahrungsweicher verschwinden mit einer rate von zwei gegenständen alle zehn sekunden ist bitte was bitte was bitte was bitte was bitte was versteckte belohnung erhalte erhalte ein uralte tafel für zwei gelöste lichtungsereignisse ach guck mal hier geht es auch noch wahren weihrauch habe ich nicht die ruinen der großen zivilisation zu stören kann schwerwiegende folgen haben tötet fünf zufällige dorfbewohner ja danke da brauche ich auch 14 habe ich nicht was ist das reste hm untersuchen wir den schon mal da komm ich nicht hin ne und du hast kein dings ich bräuchte die hier bräuchte ich die bräuchte ich die kann ich nicht verkaufen handeln so ich brauche werkzeug hier tüftler schreibhaus tischler werkzeug geladen alles was ich nicht habe trapperlager wo ist mein trapperlager nahrungssammler erntefeld der hat hier nichts ne weinkeller so kann ich den mitnehmen fünf zufällige dorfbewohner das ist natürlich auch wieder so eine marke ne sammler weihrauch weihrauch habe ich weihrauch fünf zufällige dorfbewohner und ich muss den machen ne ja ich muss den machen drinnen habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt ne ich wollte nach der kleidung gucken ich wollte nach der kleidung gucken obdachlose habe ich auch noch zwei ja sehr schön bau mal die da rein da gibt es aber weihrauch guck mal ich muss ich muss ich muss aber auch wieder ein schönes teil hier ne sieht aus wie so ein elch oder so würde ich jetzt sagen irgendwie so keine ahnung so elch mäßig so ein riesen renntier oder so du bist vom feuer außerhalb dann drehen wir dich dahin dann drehen wir dich dahin da braucht man das fünf das ärgert mich ne da ist er fünf tote die würde ich ja ist aber nur wenn er abläuft ne so kommt beeilt euch beeilt euch eine minute dreißig habt ihr noch eine minute dreißig habt ihr noch eine minute dreißig habt ihr noch da wird auch abgeholt dann habe ich da hinten die kiste aber die ist uninteressant die können wir später machen du dahin erntelager dich stellen wir dahin du bist hier noch dran da brauchst du ein trappalager ne so ein trappalager ein trappalager ein trappalager ein trappalager die kann ich auch nicht umziehen lassen ne aber guck mal ich kann hier luxusgüter herstellen ich kann da luxusgüter herstellen ich kann da luxusgüter herstellen ich kann da luxusgüter herstellen das ist doch schön das ist doch schön dann bräuchte ich da ich hab nur noch einen bieber ne du bist da noch am sammeln sehr schön du bist da noch am holzen du bist da noch am sammeln sehr schön dich würde ich gerne umsetzen ihr seid fertig okay ihr seid fertig und ihr seid hier auch fertig ja sehr schön das ist doch fantastisch das ist doch fantastisch ist das fantastisch So, der ist da. Dich ziehe ich hier rein. Habe ich keine im Moment. Du bist die Keramik, seid ihr hier noch am rausholen, ne? Genau, ihr seid hier die Keramik noch am rausholen. Sammellager. Sammellager. Reutersammler. Da oben kommst du auch noch hin, ne? Da auch noch. Ne, da nicht. Ich bräuchte eventuell noch einen zweiten Sammellager. Eventuell. Kräutersammler. Holzfäller. Ah, schon wieder. Und ich habe keinen, den ich da reinpacken kann, ne? Dünger. Unkristallisierter Tau. Du kannst doch hier nicht einfach gehen, bist du denn doof? Du kannst doch nicht einfach gehen. Farbstoffextrahierer. Für jede Produktion von Insekten erhältst du 5 Pigment. Trainingsgelände. Die Siedlung ist auf die Produktion von Trainingsausrüstung spezialisiert. Für jede Produktion von 70 Trainingsausrüstung erhältst du 1 Entschlossenheit. Nehmen wir den. Leder. Wir haben Leder. Wir haben Leder. Wir haben Leder. Ach, guck mal hier. 15, ne? Müssen ja reichen. Brauche ich die noch? Okay, den raus. Die brauche ich, brauche ich die noch nie, ne? Handeln, so. Dann kann ich mich jetzt die Kisten hier aufmachen. Untersuchen, so. Und hier auch noch, ne? 8. 6 fehlen mir noch. 6 fehlen mir noch. 6 fehlen mir noch. 6. 6. 6. 6. 6. 6. So, danke schön. Was habe ich hier? Einen Titler. Luxusgüterpaket. Aber die habe ich ja schon, ne? Die hatte ich doch schon. Und kann ich die nämlich auch aufmachen hier? Oder nehme ich eine Reputation, die Tafeln? Ne, ich will, wenn, dann will ich die Tafeln haben. Gegangen. Oh, hauen die jetzt alle ab hier? Cs. Ist doch nicht wahr hier, oder? Luxusgüter. Luxusgüter. Was kann ich da reinpacken? Ich habe nichts zum da reinpacken. Weihrauch. Kosmetika, Bier. Brauerei, Brauerei. Schreibhaus, Kloster, Schenke. Schenke habe ich gar nicht, ne? Nö. Wähle eine Biber-Gildenhaus-Klan-Halle-Regenmühle. Ich nehme das Gildenhaus. Ich kann damit zwar nichts anfangen. Aber, ne? Luxusgüter. Ich bräuchte Aluhol. Ich bräuchte Aluhol. Ich habe auch keinen. Du bist da noch dran. Und da auch noch. Tatsache. Erntelager. Du bist da dran. Du wirst da rausholen, ne? Hier. Brötchen. Pigment. Sehr schön. Dann stellen wir dich da hin. So. Da bauen wir die Straße rein. Ach, da geht nicht wegen dem Baum da, ne? Der Baum. Reiß den Baum da raus. Der stört nur. Reiß ihn da raus. Reiß ihn da raus. Da wird leer gemacht. Dann habe ich die beiden auch frei. Oh, das wird ja immer besser hier. Das wird ja immer besser. Große Fässer. Wurzelpakete. Ich habe keine mehr. Lagerplatz. Regengeist-Tote. Ach, das bist du da. Du bist der Regengeist-Tote. Eine von den Fischmännchen gebaut ist Tote. Es scheint das Wetter zu beeinflussen und den Regen stärker zu machen. Überschwemmung. Die Magie der Fischmännchen. Okay. Feindseligkeit des Waldes wird vorübergehend um 150 Punkte erhöht. Okay. Okay. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.